Vielleicht hat er es da schon bereut und könnte es sich auch umgekehrt vorstellen. Nein, die beiden haben sich verabredet, als Team anzutreten und ich bin ganz sicher, dass es auch in dieser Konstellation so bleiben wird. Ich glaube auch nicht, dass Jens Spahn das schon als Fehler ansieht, denn er weiß, die Zeit spielt ihm ja in die Hände. Er ist mit Abstand der Jüngste von denen, die jetzt im Gespräch sind und Jens Spahn wird ganz sicherlich noch große Karriere machen.